Willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy und wie ihr seht gibt es tatsächlich ein Glitch Level in the end. Die Glitch Bandage Girl ist ganz normal erschienen und ihr werdet uns mal anschauen, was dieses Glitch Level so für Gemeinheiten in sich birgt. Wow, bisher sieht es noch relativ okay aus und das... Oh, okay, vielleicht auch nicht. Wow. Das könnte ja ein bisschen mies werden. Oh, yo, 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 no, 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 papapapapa, okay. Ich hab schon... Das schießt einer genauso mies, wie es nur sein könnte. Aber es erinnert mich irgendwie an irgendwas. Es ist wieder eine Anspielung. Kommt mir bekannt vor. Goddammit Das kann nicht wahr sein Man kann sich ja auch hier nicht mega viel Zeit lassen Obwohl ich kann mir so Etwas Zeit verschaffen Und da stand ich perfekt Eins plus mit Sternchen Das kann nicht wahr sein So schwer kommt mir das bisher wirklich nicht wo Ich kann ja jetzt nicht ewig hängen Ich wollte in diesem Part eigentlich schon mit der Kottnäle anfangen Um ehrlich zu sein Das war gut Ich bin stolz auf mich Das kann nicht wahr sein Die kommen da so mies Das ist unglaublich Wieso kommt der immer genau Damit ich da stehe Mama Oh ey Wow Braucht noch wieder eine halbe Stunde Endlich bin ich hier durch Ne Güte Der schießt ja gott sei Wat Da war schon das Ziel Alter das ist Okay Gut Das werde ich hoffentlich sehr bald erledigt haben Doch Doch Und Ziel Das war kein Problem Das war kein Problem N Und 8 hoch 2 hoch Und er klaut Und er klaut den Meat Boy Und das ist Bandage Call Voll egal Deswegen müssen wir keine Level machen Oder doch Scheiße Okay Und ich habe schon gehört Dass Diese Welt Der absolute Horror sein soll Wir fangen mal an Und gucken wie weit wir so kommen Pink neu Oh Alter Okay Das sieht gar nicht schwer aus Aber Bisher komme ich gut durch Ah schade Fast first try Aber es durfte Ja Es durfte ja nicht sein Alter Jetzt Ja Beim ersten Mal fast durch Und dann hänge ich hier vorne Das kann doch nicht wahr sein So Und hier direkt rüber Weil wenn ich da unten springe Sterbe ich Yay A plus Und Meat Boy Wird wieder entführt Warum kommen die Meat Boy Uns nicht entgegen Dann müsst ihr eigentlich wissen Wie man springt Obwohl das wahrscheinlich Nur mit zu schwer fühlen Deswegen muss Manage Girls machen Zweites Level One level Oh I see Ich bin einfach mal Wie immer Einfach losgerannt Aber das hier scheint Oh no Oh So schwer zu sein A plus Okay Hier sollte ich nicht rennen Ähm Bam Aber Was Wie soll man das denn In der Dark World Noch schwerer machen Da bin ich mal Spann drauf Oh 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 Da halte ich A plus wahrscheinlich Eh schon versaut Hier kann man doch direkt Reinspringen Ja So 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 Oh Das riech ich hin Goddammit Aber das ist eigentlich schon Ziemlich hart Ich Ich will die Dark World Irgendwie gar nicht anfangen Wenn ich dann hier mal Irgendwann fertig bin Ich hab da jetzt schon Keine Lust drauf Um ganz ehrlich zu Näh Um ganz ehrlich zu sein Das darf doch nicht War Immerhin Die Musik ist wunderschön Ach ja die Anspielung Was waren die Indrücklichen Anspielungen Hab ich noch gar nicht gesagt Ob ich da was weiß Und ich weiß nichts Ja Wisst ihr es Ich hab nämlich Keine Ahnung Alter Bandage Girl Geh einfach in die Lücke Da So Bäh Goddammit Wieso funktioniert das nicht Ist mit den Büchern Dann doch eben auch geklappt So Kann es sein Dass sich der dritte Bleib schneller bewegt Irgendwie Nee eigentlich nicht Warum komme ich da Dann nicht vorbei Frage ich mich Ups Da stand ich gerade Auf der Ecke Ich glaube nicht Dass das vom Schwäbe Absichtigt war Bam 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 Flum Dam Dem Busch Okay Auf mit der Melodie Zusammen Das kannst du noch In den Du kannst du noch Lang genug machen Du wirst hier nämlich Nicht so bald fertig sein Mein Freund Jetzt Geht doch Wieso bin ich hier Bisher nicht durchgekommen Weil ich ein scheiß Timing mache Deswegen Ja Gott Sonst erwischt werde Oh da war schon Meaty Boy Ist voll die Umgewöhnung Da ist schon Meaty Boy Zu sagen Weil sonst Muss man immer sagen Oh guck mal Das Bett ist Gold Goddammit So Oh 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 Ich weiß die Ablustzeit gerade Leider gar nicht Das ist natürlich Oh 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 Was haben die denn da Hier in der Dark World Gemacht Alter Scheiße Ey So Dreh dich zweimal Du musst ja Sterben Mama Dün 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 Hmm Ja Ablust sehr schön Danke Weiter Nummer 4 Oh ich bin da unten Alter Euer Ernst Der Wahnsinn Achso Stimmt Das ist noch nicht Schwer genug A plus Okay Das ging auch noch Nummer 5 Okay Aha Das ist eine lustige Idee Einfach nur 5 Ein paar mal hier so Die kleine Strecke hin und her zu springen Scheint nicht wirklich schwer zu sein Aber diese Viecher hier machen es doch Gar nicht mal so leicht wie Ich es mir gerade vorgestellt hatte Könnt ihr euch mal ein bisschen schneller bewegen So ein bisschen Dem Bimbi Dem Bum 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 So Lalalalala Lalalalala Ich werde mich in Äh Bede Mich In dieser Welt Eigentlich nur Mit der Melodie mitzuhören Was kommentieren angeht Weil was anderes geht irgendwie nicht Finde ich Und zurück Und A plus sogar noch Sehr nett 30 Sekunden war A plus Wow da hätte ich mir Zeit lassen können Und Ich sehe schon Das wird mies Da kann man einige miese Sachen mitmachen und das haben sie wahrscheinlich auch noch hinten Und spätestens in der Dark World kommt da wahrscheinlich so richtig gemeines Zeug Okay Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht Habe ich Zeit verschwendet Töte mich Das funktioniert auch noch Goddammit Hier nur ganz leicht tippen Ja da ein bisschen länger Dumm 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 Bäh Dumme Bim 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 Bum Bim Bim Bum So also diese Schlösser sind doch schon etwas Das ist Oh Ups Gottdammit Nö 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 Äh Nö 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 Ich hab keine Lust Ne ich hab keine Lust mehr Es kommt schon noch Ups Jetzt kommt schon Ja endlich mal wieder da durchgekommen Was soll ich denn da hinten durchkommen So Ab los Weiter geht's Tunnelblauer Okay Achso Ja und nicht euer Ernst Oder Gott So nicht So auch nicht Ist aber so So nicht Hm Vielleicht wenn ich Wenn ich direkt runterlaufe Geht nicht Wenn ich hier ganz leicht springe Passt es Okay Schön Man muss Das ist nur Ausprobieren Von welcher Höhe es am besten ist Und dann hat man das eigentlich auch schnell raus Okay Ich muss erstmal wieder gucken Wo ich bin Indem ich mich einmal töte Das ist voll gut Wow Das kommt hier da nicht rein Die Viel zu fett Was hast du denn da für ein Weib ausgesucht Meat Boy Oh goddammit Hm Dünn Boah Spring doch Dumme Kuh Jetzt kann ich Mein Charakter immer mit Dumme Kuh beleidigen Weil sie jetzt ist Eine Frau Haha Voll gut Oh goddammit Wie lange nehme ich Eigentlich schon Ich hab keine Ahnung Dasselbe mal hin noch Und dann höre ich auf Wird schon passen So Lass mich hoch Und A plus Sehr gut Da hab ich doch schon einiges geschafft Nächstes Mal geht's dann Bei dem neuen Level weiter Danke fürs Zusehen Bis dann Und tschüss Dünn Und es ist Ich habe Ich habe